Hi Leute, kurzes Hallo von dieser Stelle. Ich freue mich tierisch, gerade ist der Postbote noch gekommen. Unser Bassist ist schon vorgefallen. Es kam wie immer parallel. Wir haben es Freitag, 10 vor 5. Normalerweise werde ich immer abgeholt zur Probe. Ich habe ihn jetzt vorgeschickt, weil ich noch das Paket aufmachen musste. Endlich habe ich es. Wunderbar. Aber ich wollte euch eigentlich noch schnell was anderes präsentieren. Und zwar mein mittlerweile guter Freund, würde ich sagen, Jan van Tries, der Mann hinter Orion Effekte, hat mir mein Elektro Harmonix B9 Pedal, was ich ziemlich schätze, modifiziert. Damit habe ich noch nicht allzu viele Erfahrungen, was daran liegt, dass ich einige Pedale habe und das B9 ich noch gar nicht so lange habe. Oder eigentlich schon länger habe, aber noch nicht dazu kam, es viel zu benutzen. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache es mal an. Es ist wunderbar für sowas wie ein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ciao! 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 Ciao!